Was geht, Leute? Mein Name ist Lotte, Danny. Das ist Dich! Willkommen back zu einem neuen Video. Heute spielen wir wieder Terra-Tech, aka Beres-Tech. Und schaut euch mal meine kleinen Tüte an. Ja, ich hab weitergespielt. Ich musste ungefähr zehnmal neu starten, weil das Spiel so verbuggt ist und ich nie weiterkam. Und da hab ich ein Missionstier bekommen, aber dann konnte ich es nicht erfüllen. Dann musste ich nochmal neu starten. Ich hab gemerkt, wenn ich mit dem Controller spiele, erscheinen die Bugs. Wenn ich nicht mit dem Controller spiele, erscheinen sie nicht. Verdammt komisch, aber so ist es nun mal. Geh, kleiner Dudes. Geh raus in die Welt und hol mir Ressourcen. Ja, und zwar, so sieht meine Basis momentan aus. Und ich bin noch nicht mal Level 4 oder sowas. Ja, okay. Und zwar bekommen wir diese Teile, wenn wir das hier rein tun. Und wenn wir, jetzt bekommen wir so ein Kristall, wenn wir zwei davon haben. Nein, nein, ich will es nicht. Ich will es nicht verkaufen. 160, holy shit. Aber, er sollte nochmal, dann bekommen wir halt diesen Kopf hier. Und er sollte jetzt normalerweise losfahren und ein Abenteuer erleben und wir Ressourcen holen. Aber er macht es nicht. Er steht einfach nur rum und ist hier. Hier ist nur eine Waffe. Du brauchst eine Waffe, um dich zu verteidigen. Äh, Moment mal, ich kann sie nicht mal an ihm befestigen. Okay, weißt du was, wie er... So, so. Was machst du da? Hör auf zu twerken. Ich glaube, der Typ packt ein bisschen rum. Ich befestige das nochmal an ihm. Und jetzt fahr in die Welt. Nein, du willst nicht? Ach, du Scheiße. Wie bringe ich dich dazu? Wie zwinge ich dich dazu? Okay, du willst es also so auf die harte Tour her, dann packen wir dich einfach hier hin. Denk, dass... Oh Gott. Okay, du willst es also auf diese Art. Oh Gott. Er will wegfahren. Ich glaube, er will gar nicht für mich arbeiten. Ich glaube, er wird mehr gezwungen. Seht ihr das? Wie benennen wir ihn eigentlich? Wie wollen wir ihn nennen? Ich nenne ihn... Ich weiß gar nicht. Er sieht auf jeden Fall süßer aus. Da brauchen wir einen süßen Namen. Ich nenne ihn Freddy. Oh, Freddy. Oh mein Gott, das passt so gut zu ihm. Ein toller Name für einen kleinen Bob. Okay, wir müssen... Äh, du bist... Äh, Freddy ist aber echt anstrengend, okay? Freddy ist der anstrengendste Roboter, den ich je gesehen habe. Jetzt. Fahr los, Freddy. Er folgt mir. Oh mein Gott, ich bin so ein Genie. Ich kann es nicht glauben. Er folgt mir einfach. Wow. Jetzt ist aber eine Hilfe für mich. Das ist... Das ist cool. Ich dachte, er fährt allein los. Okay, Freddy, du beschützt mich, wenn was ist. Thomas, haben wir unseren ersten Gegner. Lass ihn uns zerstören. Yes. Nimm das. Freddy. Freddy, danke für deine Hilfe. Das war sehr cool. Vielen Dank, mach weiter so. Er hat nichts gemacht. Freddy, was soll das? Du solltest mir helfen. Du stehst hier einfach nur rum und machst gar nichts. Du bist ein böses Tech. Jetzt komm mit hier in die Richtung. Du folgst mir jetzt. Ich habe dir gesagt, du wirst mir jetzt folgen. Nein. Hör auf, das Teil anzuschauen. Das mag ich nicht. Okay, wir haben hier übrigens neue Missionen. Find a Wireless Charger. Find a Silo. Wir gehen erst mal ein Silo finden. Keine Ahnung, wieso. Ich glaube, da müssen wir kämpfen oder sowas. Ich habe es ja schon mal gemacht irgendwie. Aber es ist schwer, in dem Spiel weiterzukommen, weil ich weiß nicht, wieso, aber es bugt nun mal sehr. Und ich habe Angst, dass noch mehr Bugs kommen und ich jetzt nochmal von vorne anfangen muss. Es würde ein bisschen sacken, weil es dauert immer so lange, bis man wirklich bis jetzt hierher kommt. Und deswegen sackt es ein bisschen. Übrigens, schaut euch mal diese Rote hier an. Das ist gruselig. Hier will ich gar nicht rein. Ich glaube, hier gibt es mehr Gegner als sonst. Oh Gott, wir haben eine Truppe. Eine Armee haben wir dort. Aber die sind klein. Ich weiß gar nicht, ob die mir was überhaupt antun können. Nimm das! Jetzt, wer will jetzt? Du willst jetzt? Kein Problem. Die sind wirklich nicht so stark. Die sind sogar ziemlich schwach. Oh, hier haben wir auch so... Oh, stopp doch. Alter, das dauert ja Ewigkeiten. Wir haben es geschafft. Wir haben was Neues bekommen. Wir haben eine neue... Kann ich das nicht... Was ist das überhaupt? Ich weiß nicht mal, was es sein soll. Ich weiß überhaupt gar nicht, was das hier alles sein soll. Das Spiel ist zu kompliziert. Okay, wir haben wenigstens die Mission geschafft, schätze ich mal. Ah! Das ist jetzt ein Verbündeter, oder wie? Ja, das sagt mir vieles. Ich wollte es einfach mal mitnehmen. Mal schauen, vielleicht kann ich es ja gebrauchen irgendwie für irgendwas. Nächste Mission ist Find a Wireless Charger. Ich glaube, das habe ich im letzten Part nicht geschafft. Aber jetzt spiele ich ja nur mit der Saturn-Maus, wo keine Bugs kommen. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, weil wenn man irgendwie auf den Button... Also das Spiel, der geht auf die Button. Das ist ein Fehler. Wenn er sieht, okay, du hast die Button gedrückt und du hast alles gemacht, irgendwie... Es ist kompliziert, ich habe da auch keine Ahnung, was ich da rede. Sorry. Ich hoffe, ich will es verfolgen, Bitch. Gott, das sind viele. Die wollen schla... Ah, yes! Du bist da! Ich habe schon jetzt schon deinen Namen vergessen. Verdammter Mist. Wie habe ich ihn nochmal benannt? Ich habe so viele Namen in meinem Videospiel, dass ich immer den Namen nach so kurzer Zeit vergesse. Ähm. Ich habe den Namen vergessen. Oh mein Gott, das kann nicht sein. Wie kann man einen Namen vergessen? Das geht gar nicht. Okay, ich habe ihn Freddy benannt. Ich habe es schon vergessen. Ich habe seinen Namen so schnell vergessen. Das ist ein bisschen taurig. Gut gemacht, Freddy. Good job. Weiter so. Willst du neue Räder haben, Freddy? Nein, ich glaube, er sagt nein. Okay, folge mir. Wir gehen auf eine weitere Reise. Wir müssen immer einen Wireless Charger finden. Schaffen wir doch well, Freddy, oder? Natürlich schaffen wir das. Oh Gott, wir haben einen Gegner. Der sieht ziemlich... Oh, der danst. Ich habe ein bisschen Angst vor ihm. Soll ich gegen ihn kämpfen? Mit Freddys Hilfe werde ich gegen jeden kämpfen. Oh, diese Heilung. Oh, ich liebe es. Ich liebe es, mich so zu heilen. Das ist extrem nice. Noch ein bisschen hinten. Oh, ja, endlich wird mein Arsch mal auch mal geheilt. Das ist dann zweideutig. Freddy hat was gesammelt. Und verkauft. Er ist ein badass King. Okay, lass uns den ficken. Der danst du mir zu sehr. Freddy, werden wir den besiegen? Kaufen wir die so viel des Horstens? Das wirst du gar nicht glauben. Werden wir ihn besiegen. Werden wir ihn besiegen. Oh, das sieht so schlecht aus. Oh, das sieht verdammt. Okay, das sieht scheiße schlecht aus. Ja, Freddy attackiert ihn. Nein, Freddy. Nein. Oh. Oh mein Gott. Freddy, ich werde dich wieder beleben. Ich verspreche es dir. Oh mein Gott, wir haben ein Flugzeug gefunden. Yes. Das ist episch. Wenn ich das... Okay, das ist gut. Bleibt das Fragezeichen dort. Bitte sag mir ja, weil ich habe jetzt noch mal keinen... Wie heißt es nochmal? Eine... Ich habe es voll vergessen. Eine Kommandozentrale, sage ich mal. Mit dabei. Ich habe nur meine eigene. Dann muss ich aber mein eigenes nicht gestören. Wir werden erst mal Freddy wieder beleben. Und dann werden wir uns das holen. Aber Freddy ist Nummer 1. Und Freddy müssen wir uns zuerst kümmern. Aber ich muss die Rohstoffe finden dafür. Das ist so ein grüner Kristall. Keine Ahnung, wo ich den finde. Meistens im Wald, glaube ich. Ich habe sie gefunden. Diese Teile sind verdammt selten. Das ist so eine Art Kristall. Grüner Kristall. Der wäre im echten Leben verdammt viel wert. Gibt es grüne Kristalle im echten Leben? Bestimmt. Man kann ja die Kristalle... Man könnte ja die Kristalle einfärben. Obwohl, keine Ahnung, ob das geht. Ich kenne mich da nicht aus. Das Ganze funktioniert so. Ihr habt diese Kristalle hier. Und dann steckt man das... War das... Wo war das? Hier rein, genau. Und dann... Wird das hier rein getan. Dann wird es zu so einem Kristall gemacht. Keine Ahnung, was auch immer das sein soll. Und dann hat man diesen Kristall hier. Und bevor er verkauft wird, muss man ihn rausziehen. Nein, nein. Oh nein. Nein, ich habe... Habe ich ihn verkauft? Nein. Oh Gott. Nein, nein, verpiss dich. Gott! Nervt mich doch nicht, Alter. Ey, der ist so ein Nervensäge, ne? Holy shit. Ja. Sorry, hast du dich nicht anders verdient. Hast du nicht anders verdient? Du hast... Das ist deine Schuld. Ich habe irgendwas Geld bekommen, übrigens. Ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Ich habe nämlich den Kristall nicht verkauft. Aber er hat mir trotzdem die Kohle gegeben. Also ich habe keine Ahnung. Aber so funktioniert das. Und jetzt sehen wir, wir haben einen neuen Freddy. Yay! Und jetzt können wir sogar die Teile von ihm hier dann befestigen. Geht das nicht? Es geht nicht. Wir machen einfach noch einen neuen Freddy. Das wird bestimmt geil. Und... Erscheine, neuer Freddy. Komm schon. Yes! Oh mein Gott. Jetzt haben wir zwei Stück davon, was episch ist. Schaut euch mal, wie cute er ist. Oh! Kann ich sicher wie... Yes, es geht doch. Freddy, komm... Komm... Kommst du her? Bitte! Nein! Du bleibst stehen! Freddy liebt es zu dansen. Das ist sein größter Traum. Seht ihr das? Er will Dancer werden. Freddy, ich weiß, es ist ein langer Weg, aber du kannst es schaffen. Da bin ich mir sicher. Ja, du bekommst sogar eine Waffe. Siehst du das? Du wirst richtig mächtig. Oh, wir können dir sogar mal viele geben. Follow. Harvest. Follow. Nein, 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 nein. Oh Gott, das ist hier episch. Wir können Freddy sogar sagen, was er tun soll. Das ist einzigartig. Ich liebe Freddy, er ist der Beste. Freddy, heile dich. Heile dich, Freddy. Okay, wisst ihr was? Wir heilen das für dich. So, siehst du das? Genauso heilt man sich. Freddy, was tust du da an meinem Bein? Nein, Freddy. Bitte sag mir nicht, das gefällt dir. Wir zwingen ihn dazu. Äh, Harvest. Jetzt geht er ein bisschen was sammeln. So, hoffentlich erwischt ihn keiner. Das würde sucken. Und er wird dann wahrscheinlich wieder zurückkommen, wenn er was gesammelt hat. Viel Glück bei der anderen Reise. Ich muss sagen, momentan gefällt mir mein Tech nicht allzu sehr. Irgendwie ist es ein bisschen komisch. Also, es ist so ein bisschen unschön, sag ich mal. Ich bevorzuge mal ein richtig schönes Tech. Aber meiner ist momentan nicht so schön irgendwie. Was ein bisschen schade ist. Gut, wo ist unser nächstes Missionstiel? Ah, ja, ich weiß. Äh, dieses Flugzeug habe ich nicht vergessen. Das ist da irgendwo im Wald, nur... Ich kann es jetzt gerade nicht tun, weil ich gerade das Missionstiel verfolgen will. Weil ich will Level 4 erreichen. Oh mein Gott, wir haben da einen gelben, Leute. Ein gelber. Nein, soll ich gehen in den Kämpfen, soll ich es tun, Leute? Solches wagen, ernsthaft jetzt? Ich wage es jetzt. Oh mein Gott. Ich glaube, ich könnte sogar stärker als er sein, Leute. Ja, ich glaube, ich bin stärker als er. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich will seine Räder nicht zerstören. Ah, okay, eine Räder hat sich schon zerstört. Jetzt haben wir die großen Räder wieder. Die ich die ganze Zeit haben wollte. Das ist episch. Was? The current maximum license grade for CSO. Yes. Das ist episch. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber äh, wie habe ich das gemacht? Schaut euch das mal an. Was ist das für Sachen? Okay, so kann ich leider nicht fahren. Verdammter Mist. Schaut euch mal dieses Ding an. What the fuck? Das ist riesig. Und dieses vor allem. Damit kann man Leute aufbohren. Boah, keine Ahnung. Aber ich finde die Waffen immer noch besser. Ich mag den Nahkampf hier in dem Spiel nicht so. Und ich hasse Berge in dem Spiel. Ich kann... Oh, ich hasse sie so sehr, ne? Ich komme nie hoch. Berge sind das Problem. Ja, mein Downforce von Payload Studio besiegt. Nice. Ich verstehe nie, was mir dieser Text sagen will. Aber ich hätte mal das was Gutes. Muss ich die wirklich noch alle besiegen? Oh mein Gott, das ist eine Menge, Leute. Ich weiß nicht, ob ich die besiegen kann. Ich verliere jetzt schon hier alles. Ich komme auf den Bergen nun mal nicht so gut klar. Und die kommen wahrscheinlich besser klar. Oh mein Gott. Ich wage es jetzt aber. Ich wage es. Stirb. Oh, das wird ein Battle der Giganten. Oh, yes. Den ersten wird zerstört. Jetzt ist noch der zweite. Yes. Wir haben ihn. Explodiert er? Dann sagen wir, er explodiert. Er lebt noch. Töte es. Töte es, bevor er das Eier legt und es mehr davon gibt. Yes. Und jetzt nur noch das hier. Was auch immer das sein soll. Haben die verloren? Die sollen aufgeben. Die sollen surrendern. Nein. Wir werden nochmal angewiffen. Bitte. Das ist kein starker Gegner. Oder das ist ein super Ultra Megatank, Alter. Und ich bin schwach. Oh nein. Yes. Oh mein Gott. Ich kann es nicht glauben. Was? Ein Fehler? Ignore. Ich scheiße auf den Fehler. Oh mein Gott. Ich kann sogar einen anderen steuern. Okay. Ich will er sein. Und ich kann ihm zum Beispiel Befehle geben. Jetzt habe ich quasi einen neuen Kumpel gemacht. Das ist mein neuer Kumpel. Nur ich weiß nicht, wie ich ihn wirklich baue. Ah. Okay. Da haben wir es ja. Muss quasi R werden. Dann drücke ich B. Und dann kann ich ihn zusammenbauen. Und er kann dann quasi auch alles für mich. Was ich gerne will. Das ist cool. Dann haben wir... Oh. Diese ist schnell. Diesen verdammt schnell. Nur ich verstehe den nicht, weil ich sie noch nie hatte. Wow. Das ist ein epischer Bola, Bro. Es ist wieder eine Sache, die verstehe ich nicht. Search out and destroy the harvester. Ich bin genau... Moment mal. Für das mir hier... Ja. Das ist hier. Die ist die Mission. Glaube ich, oder? Okay. Wo ist die Mission? Die müsste eigentlich hier sein. Aber haben wir den Harvester nicht jetzt schon zerstört? Was auch immer das sein soll. Keine Ahnung. Oh, da ist einer. Der könnte uns ergänzen. Kämpfen die gerade gegeneinander, oder sind das Verbündete? Weil wir... Ich muss die töten, damit mein anderes Tech fahren kann. Außerdem hat er eine coole Waffe dabei. Jetzt kann er fahren und ich kann ihm... Ich kann ihm sagen, was er tun soll. Ich bin er. Und du sollst mir folgen. Normalerweise soll der das jetzt tun. Freddy? Das ist ein noch besserer Freddy als der andere. Oder obwohl... Nein, ist er nicht. Er ist ein größerer, stärkerer Freddy, aber kein besserer. Definitiv nicht. Oh, nein. Nein. Verpiss dich, Alter. Verpiss dich. What the fuck willst du hier? Ja, hau lieber ab, du Loser. Freddy! Freddy, bist du's? Ja, das ist er. Das ist Freddy. So kenne ich ihn. Du folgst mir jetzt, mein Bro. Yes. Du bist der richtige Freddy. Ach, die habe ich gesucht. Was für ein Harvester muss ich jetzt finden? Was? Das ist meinig. Seht ihr das? Ab jetzt fängt es wieder an. Wahrscheinlich ist es irgendwie ein harter Gegner oder sowas. Den wollen wir jetzt ficken. Okay, ich habe jetzt neue Räder. Ich sehe jetzt so aus in dem Moment. Was ziemlich nice ist, nur ich möchte mich heilen gehen. Und ihr seht hier, es wird auf der Karte die ganze Zeit so einen roten Punkt angezeigt, aber es ist kein Gegner zu sehen. Das? Na, nein. Er lebt noch. Moment mal von... Okay, das verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Ist das der Harvester? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Don't worry, you can still buy a wireless charger from the terminal. Nice. Ich kann es irgendwie nicht glauben, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, ohne Scheiß, da war kein Harvester davor. Da war es einfach nicht. Aber jetzt war dort einer. Und jetzt fahren wir erstmal nach Hause und leveln auf Level 4. Ich bin gerade so happy. Wir haben echt ein richtig geiles Gerät. Nur, ich will nicht, dass meine Räder kaputt gehen. Und dieses Rad ist ein bisschen zu niedrig, habe ich das Gefühl. Oder das ist zu hoch? Ach, ich weiß gar nicht. Gott, es ist kompliziert. Mit diesen Rädern lässt sich viel besser hier über die Berge fahren. Das macht verdammt viel Spaß, wenn man dann größer wird. Oh nein, da sind noch mehr Gegner. Ich will die Gegner jetzt wirklich... Ich will jetzt wirklich kein Risiko eingehen. Deswegen werde ich einfach rumfahren. Es hat wirklich Spaß, wenn man so viele Sachen hat. Das ist episch. Deswegen liebe ich das Game, aber das sollte man nicht mit dem Controller spielen. Ich habe so das Gefühl, irgendwie... Ich habe es gestern fünfmal versucht mit dem Controller. Es ging nicht. Das spiele ich ohne Controller. Oder wenn man sind die Bugs weg. Natürlich nicht alle, aber irgendwie die meisten, was komplett komisch ist. Und es wird zweifelt ein, weil ich gestern bis vier Uhr zum Beispiel dann saß. Und es nervt. Gut, wenn ich die Gegner jetzt eliminieren, bin ich dann Level 4. Ich glaube, ja, müsste eigentlich. Der ist voll etwas tot. Das ist so ein Gegner. Ja, bitte tut er mich, damit du schnell in Level 4 kommst. Und hat es geklappt. Und es ist Level 4? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war ein zu kleiner Gegner. Verdammter Mist. Ich glaube, Freddy hat ein bisschen ADHS. Ich meine, es sieht ein bisschen so aus. Freddy, bitte beruhig dich. Ich will ein paar neue Räder an dich dran machen, damit du besser fahren. Nein, Freddy. Hör auf, mein Bein zu ficken. Das gefällt mir gar nicht. Vielleicht ein bisschen. Aber nur ein bisschen, okay? Hier ist so neue Räder. Neue und bessere Räder, damit du dich besser bewegen kannst. Ich habe einen Gegner gefunden. Es wird der letzte Gegner sein, bis wir Level 4 sind. Ich bin mir ganz sicher. Aber das könnte er wirklich sein. Ist er das? Ist das der Level 4 Gegner? Ich habe nicht mal gesehen, wie er gestört wurde. Wow. Das war boring. Wow. Wir haben da einen Ultra Tank. Was auch immer das sein soll. Das ist jetzt eine Art Bagger. What the fuck? Nimm das, du scheiß Bagger. Das ist alles so stark. Es hat sogar Waffen dabei. Der ist stark. Der ist verdammt stark, Leute. Irgendwann tut's. Ja, ich glaube, wir haben ihn gerade ermordet. Aber wir sind immer noch nicht Level 3. Ich verstehe nicht, wie ich das nächste Level erreichen kann. Das suckt. Ich bin ja gestern beim selben Level. Das ist wirklich boring. Ich will auf jeden Fall aufsteigen. Ab jetzt fangen die Probleme wieder an. Wir haben zwar alles geschafft, aber wir können nicht aufleveln. Es geht nicht. Also wir haben zwar, wie gesagt, ihr seht hier kein Missionsziel oder sowas. Wir sind jetzt quasi stuck. Und das ist das Problem ein bisschen bei dem Spiel. Dass man einfach irgendwann früh oder später nicht weiterkommt. Weil man nicht aufleveln kann. Und ich meine, jetzt sehen wir so aus. Und das sieht ziemlich episch aus. Und wir haben auch ziemlich viel freigeschaltet. Aber ich würde trotzdem aufleveln. Das ist ja irgendwie das Ziel bei Spielen. Aber wir können hier nicht aufleveln, weil es verpackt ist. Ich kann noch ein paar Gegner töten, um zu gucken, ob ich noch ein paar XP brauche. Aber XP maxed for now. Also wir, eigentlich geht's. Wir können keine höheren XP haben. Und der sieht witzig aus. Seht ihr das? So ist wie so ein kleiner Ferrari. Das ist ein kleiner Lamborghini. Seht ihr das? Wir ficken ihn. Aber wir kommen nicht höher. Oder? Und er ist tot. Aber es passiert gar nichts. Verdammter Mist. Jetzt bin ich wieder stuck. Das sagt. Oh nein, Freddy. Stuck. Er sitzt die ganze Zeit hier. Freddy, was tust du da? Folge mir. Hör auf hier zu sein. Das ist gruselig. Das ist unser momentaner Freddy. Wie episch. Seht bitte Freddy aus, Alter. Das ist ja eine Legende gerade in dem Moment. Nice, Freddy. Und kann ich für wen zum Heilen bringen? Idle. Ist das heilen? Heil dich, Freddy. Geh dich heilen. Weil wir heilen dich für... Wir machen den Job für dich. Keine Sorge, Freddy. Da sehen wir ihn, wie er in die weite Welt geht und irgendwas macht. Ich frag mich, ob er die Sachen auch verkauft. Oh, ich bin tot, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja, ich bin tot. Ist er tot? Oder bin ich tot? Ja, okay. Ich bin so gut wie tot. Obwohl, wenn ich mich noch schaffe zu sehen, dann ist er tot. Okay, er ist noch tot. Aber das war es nicht wert. Ich will ihn nochmal töten und gucken, was passiert. Okay, wir können nicht aufsteigen, ja. Ich hab's riskiert, gegen riesigen Typen zu kämpfen, um zu gucken, ob wir aufsteigen können. Aber nein. Wir können quasi nicht mehr aufsteigen. Freddy, ich brauch mal die Räder. Mann, bin ich sexy in dem Moment. Aber ich war das Video vor, dass ich mich stehen lassen. Das Ganze würde jetzt so weitergehen, dass entweder... Also ich war jetzt nur einmal versuchen, nochmal zu spielen, ab Privat. Und nochmal von Stufe 0 bis 4 zu kommen. Wenn das nicht klappt, wenn das wirklich nicht geht, warte ich auf das neue Update. Und da kommt die nächste Folge. Und es gibt noch einen anderen Modus hier, den will ich kurz mal austesten. Jetzt haben wir noch einen Modus, das heißt Herausforderung, Rennherausforderung, Flugherausforderung, Sumo-Showdown. Okay, ich würde das Video jetzt aber wirklich hier stehen lassen. Ich werde nochmal mit den Entwicklern schweigen, weil ich will das Spiel auf jeden Fall weiterspielen. Es macht verdammt viel Spaß. Nur es frustriert ein bisschen, wenn man einfach nicht weiterkommt. Aber hier gibt es auch ein paar Herausforderungen, die ihr sehen könnt. Rennherausforderung, Flugherausforderung, Sumo-Showdown. Vielleicht kann man das auch noch machen, mal schauen. Aber vielen Dank für Schnellen, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt wie... Beres! Ihr seid ein leckendes Video. Schau auf, wenn ihr euch mal mehr Videos hier nicht plus hier habe. Und abonniere jetzt und wir euch gleich über die Beischnitte. Ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Da sage ich immer nur noch 3, 2, 1. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.